Das Leben war unglaublich gut zu mir. Ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen, habe sehr viel und sehr hart gearbeitet und mir dadurch einen gewissen Wohlstand erworben. Nun möchte ich der Gesellschaft gerne etwas zurückgeben. Ich suche kein Amt und keinen Dikt. Aber mein Gewissen sagt mir, dass ich meine Erfahrungen und auch finanzielle Mittel einbringen soll. Um etwas für bessere Strukturen in Österreich beizutragen. Ich habe hier keinen Eigennutzen. Meine Belohnung wäre ganz einfach, wenn ich weiß, dass Österreich eine gute Zukunft haben wird. Ich bin zum Glück sehr gesund, habe sehr viel Energie und bin jetzt 80 Jahre jung geworden. 80 Jahre jung geworden, jung geworden, jung geworden, jung geworden, jung geworden. 80 Jahre jung geworden. Ich habe im Leben sehr viel erfahren. Es gab Zeiten, wo ich hungrig war, weil ich kein Geld hatte, um mir etwas Essen zu kaufen. Das hat tiefe Eindrücke hinterlassen. Im Laufe meiner Karriere war ich im Aufsichtsrat von Banken, Krankenhäusern, Universitäten und verschiedenen Sozialorganisationen. Dadurch habe ich Einblick, dadurch habe ich Einblick, 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 Einblick. Dadurch habe ich Einblick und Verständnis. Und Verständnis. Ich bin zum Glück sehr gesund, habe ich sehr viel Energie und bin jetzt 80 Jahre jung geworden. 80 Jahre jung geworden, jung geworden, jung geworden, jung geworden, jung geworden, 80 Jahre jung geworden. Ich bin zum Glück sehr gesund, habe ich sehr viel Energie und bin jetzt 80 Jahre jung geworden. 80 Jahre jung geworden, jung geworden, jung geworden, jung geworden, jung geworden, 80 Jahre jung geworden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017